Willkommen zurück bei Legend of Grimrock. Wie ihr seht, uns geht es schlecht. Wir wurden angegriffen. Mitten in der Nacht, in einer Ecke, so dass wir uns nicht wehren konnten. Ach, ist das schön. Und deswegen sind momentan zwei von uns tot. Haben wir die nicht schon? Ja, das sind die gleichen. Da brauchen wir sie nicht nochmal. Kann ja keiner mehr sonst Schwere Rüstung tragen. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie möglichst schnell einen Weg finden zu einem der blauen Kristalle. Aber der Weg ist versperrt, so wurde uns auch gesagt. Und das ist natürlich nicht gut, weil mit zwei Leuten jetzt hier rumlaufen, ist gefährlich. Also, Knopf drücken und hoffen, dass wir hier möglichst schnell rauskommen. Hier haben wir einen On-Key. Und hier haben wir schon wieder einen Raum, der endet. Oh, ich werde gleich so sterben. Oh Gott, ich bin wieder in dem Raum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier komme ich doch irgendwo. Zu einem blauen Kristall. Wo war der? Wo war der? Mega. Hier war doch ein blauer Kristall irgendwo. War ja nicht ein blauer Kristall. Ich hätte mir das markieren sollen. Pfff. Ich habe mir nicht schon markiert, wo der blaue Kristall war. Okay, gleich mal auf der Karte markieren. Der ist hier. Kr... Kristall. K... ...Kristall. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war aber nicht schön. Das war ja mal ne miese Sache. Aber das passiert halt, wenn man sich einfach mal so in... ...eine Ecke stellt, dann hat man halt vielleicht mal Pech. Ne? Was lernen wir daraus, wenn wir uns schlafen legen? Nicht einfach irgendwo. In eine Ecke. Das hatten wir hier über der Schalter, genau. Aber wie geht das auf? Da möchte ich rein. Da möchte ich rein. Da ist ein Feuerpfeil. An den Rest komme ich aber nicht ran. Nein, ich komme da nicht ran. Mist. Das macht nur wieder das Türsche zu. Und vielleicht aber... Hier waren ja noch Schalter. Wenn ich diesen Stein mitnehme, geht das Türchen dort wieder zu. Das bleibt zu. Hast Hunger? Dann isst mal was. Aber hier war doch irgendwo noch ein Schalter. Genau, da. Ja. Secret found. Eingesperrt. Huntman Cloak. Gucke ich mir gleich mal an. Und noch mehr Feuerpfeiler. Die ich nicht brauche, weil ich schon Giftpfeiler habe und keiner von uns... Das sind auch so Sachen. Nehme ich die eigentlich nicht, ne? Die brauche ich nicht. Kann ich auch mal aussortieren. Diese Nodes sammelst du doch eigentlich? Ne, die sammelt... Die sammle ich. Stimmt. Die sammle ich. Stimmt. Und du könntest uns eigentlich auch mal neue Tränke basteln, nicht brasteln. So, mein Freund. Hier. Das brauchen wir. Und das. Und das. Mach uns mal... Was machst du? Anti-Venum. Und dann brauche ich noch zwei Heiltränke. Einen für dich. Und... Einen für dich. So. Gut, 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 gut. Das passt. Und euch hier rüber. Hier Armbänder haben wir noch nicht, sehe ich gerade. Und Ketten haben wir auch bisher. Nur eine? Zwei. Hm. Die nichts tun. Wer weiß, ob die nicht doch was tun. So versteckte Geheime. Egal. Äh. Ansonsten ist hier, soweit ich das sehe, nichts. War also nur ein Secret. Also nur unten 15. So, und jetzt sollte ich in einem der Räume mit den Drachen schlafen. Dies könnte einer dieser Räume sein. Für die goldene Tür. Warte, nee. Ha. Wir haben doch diesen Ornid Key bekommen. Reicht der vielleicht schon, um diese Tür zu öffnen? Hier. Nee. Was stand da? Stand doch irgendwo, wo war das denn? Irgendwo stand doch hier ein Text dran. Gehen wir weg. Irgendwo stand da noch ein Text mit von wegen, ich muss für den... Ach, das war auch, ähm, das war eine Nachricht, die ich hatte. Ähm, dann schlafen wir einfach mal. Warte. Wer hatte die denn da? The gate of Ironshaw open if you take your time and rest in place where the dragon gays. Und das ist ja zum Beispiel hier. So, und deswegen werden wir jetzt hier das Risiko mal wagen. Und jetzt? Und jetzt? Ist das Türsche öffne, äh, offen? Nö. Es gab ja noch einen Raum mitten im Drachen. Wo war der? Hier hinter. Hier, wo war der, wo war der, wo war der? Da. Diesen gab es auch noch. Ich weiß auch nicht, ob ich eine bestimmte Zeit resten muss. So, dass irgendetwas Tolles passiert. Weißt du so, schlaf mal fünf Minuten da drinne und dann öffnet sich das Türchen. Jetzt auf dem richtigen Weg? Ja. Hm. Hm. Ich bin verwirrt. Vielleicht ergibt sich aber noch mehr in diesem Raum. Ach du Schande. Ach du Schande. Was passiert? Ganz viel nichts. Wollen wir mal gucken, was da unten ist? Komm, wir gucken mal. Hier, Onimo! Quatsch! Das ist hier unten Spaß und Freude. Mit Bogenschützen und allem. Ja, meine Güte. Noch mehr Bogenschützen bitte. Noch ein Bogenschütze. So, damit sind die schon mal weg. Hier ist noch ein Einzelner. Ne, das war dumm. Okay. Ist der auch schon mal weg? Und der ist... Gut. Was haben wir hier? Noch eine Tolles-Close. Brauche ich nicht. Was haben wir noch? Hier liegt auch noch mehr. Hier liegt noch das. Ein Frostpfeil. Das ist einfach nur Krams. Hier ist ein Pilz zum Essen. Da ist noch was zu essen. Ja, na, na. So, du hast ein Level Up. Sehr gut. Double Evasion Bonus und Eclipse Clothes sind ja komplett... Und nicht nur Cloak wie auf 11, sondern auf 24 bekommt er ja für alle Kleidung. Was natürlich verdammt cool ist. Hier hätte er als nächstes ja bei Energy plus 5. Ich glaube, ich werde trotzdem erstmal auf die Improved Stealth gehen, damit er noch besser tanky wird. Also Schaden ist ja eh nicht so sein Ding. Das wird jetzt dann eher bei 22 mit Piercing. Ähm... Oh, oh, oh. Oh. Durch die gegnerische Rüstung ist natürlich auch schön. Huh. Tja, was nehmen wir denn da? Okay. Ich glaube, ich werde doch hier erstmal bis 24 gehen, damit er tanky ist. Damit er genug aushält. So, und dann werde ich... Ähm... Erst weitermachen mit... Schaden. So. Gut. Du hast hier noch mehr hiervon. Ist hier noch irgendwas? Warum verfallen eigentlich auch immer die Köpfe von denen? Ich möchte auch Skulls haben. Für den Backer. Okay. Ist das der komplette Raum? Das sieht so aus, dass das der komplette Raum oben auch ist. Aha. Aha. Okay. Okay. What? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ein Kurzbogen. Aber noch ein Käfer. Wird doch Zeit, dass es mir was zu essen geben. Hahaha. Aha. Aha. Ja, nichts. Ganz viel nichts. Aber ein Schalter. Da geht ein Türchen auf. Ah, wir sind wieder in diesem Raum. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Was passiert, wenn ich den drücke? Geht hier. Eins, zwei, drei, vier. Da, 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 da. Natürlich. Was macht dieser Schalter jetzt hier? Ach, mit dem Schalter kann ich das vor und zurück machen. Ach, ihr habt doch ein Problem, Jungs und Mädels. Ja, das wird jetzt in sehr viel Fallaction enden. Oh Gott. Ich habe nur so wenig... Ich habe nur eine ganz kurze Zeit, das zu machen. Oh Gott. Oh Gott, das wird so schlimm. Okay, also Schalter drücken und dann den zweiten. Oh. Sorry, dass ich nicht geredet habe. Ich wollte durch. Oh Gott. Interessant ist übrigens... Hört mir ja gerade auf, dass, ähm... Wenn ich mal ganz kurz so... Da oben ist ein... Ich kann es jetzt nicht sagen, aber oben rechts seht ihr ja, da ist ein Leuchten. Das heißt, da geht plötzlich das Licht durch. Was im Endeffekt irgendwo so in diesem Bereich wäre, wenn ich das richtig sehe. Oder hier, in dem Bereich eher. Na gut. Oh, wir haben es durchgeschafft. Äh, da höre ich schon wieder knistern und knacken. Hallo, die Hammerkraften. Ach, wir wollten ja übrigens hier mal noch den erlernen. Poison Shield. Da ist schon wieder ein Spinni. Ein Krabbi. Hey Krabbi. Hey Krabbi. Guck mal. Äh, Krabbi? Nö. Nö. Nö, nö, nö. So nicht. Aua. Fall mal bitte um. Oder explodier. Was auch immer dir Liebe ist an Reaktionen. Dankeschön. Ich sollte bei sowas vielleicht auch mal das Licht ausmachen, dass ich vielleicht auch mal den Rücken kann. Das wurde ja gesagt. Dass, ähm... das Licht natürlich die Gegner anlockt, macht natürlich Sinn. Uh, der andere Schlüssel. Ja, genau, meine Herrschaften, äh, der Weg ist zu. Oh nein, oh nein, oh Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich werde so sterben. Ich bin eingekesselt. Ja. Ja, meine Freunde, da werden wir den ersten Tod einmal erleben. Da habe ich mich schön einkesseln lassen. Oder schafft es Mr. Cut? Oh Gott, noch ein großer. Ihr habt doch ein Problem, Jungs und Mädels. Oh Gott. Ich will hier raus. Wo geht's hier raus? Da geht's nicht raus. Nein. Ich bin wieder eingesperrt. Oh Gott. Ja. Das war intelligent. Ah, weißt du was? Komm, hier. So. Nein, wir haben den ersten Game Over Screen sehen wir. Tja. Das war natürlich... nicht schön. Vor allen Dingen, wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe das letzte Mal für 15 Minuten gespeichert. Ich würde sagen, wir werden uns gleich dort wiedersehen, wo wir eben waren. Bevor ich das aufgemacht habe. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich habe mich wieder durchgepügelt. Ich bin jetzt hier an dieser Stelle, wo dieser Schlüssel ist. Und ich habe hier schon mal gleich dieses Schild ausgewählt, was ich sofort mal verwenden werde. Das Poison Shield. Da, ja, auch der ein oder andere Giftgegner um die Ecke gescheißert kam. Hier, kommen sie. Gleich einmal hier versuchen, einen schon mal auszuschalten. So. Da kommt noch einer. Und ihr seht, wie gut das gerade mit dem Giftschild funktioniert. So, jetzt haben wir nämlich nur noch die beiden großen. Nein, flammt. So, jetzt ist der auch weg. Oh, wenn man das ein bisschen mit Taktik macht. Wenn man halt weiß, was auf einen zukommt, dann ist das alles auch deutlich einfacher. Ne, falsch. So, so. Autsch. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Nein, falsch. Na, wo gehst du hin? Da gehst du hin, da gehst du hin. Ne. Ne. Boah. So. Haben wir es. Noch jemand. Alle wieder entspannt? Alle wieder entspannt. Okay, eine neue Lightning Bomb. Und noch eine Lightning Bomb. Schön, davon brauche ich ja eh welche, wurde mir ja gesagt. Gut. Hä, hä, hä. Schafft. Überlebt. Okay, dann war gerade ein Level up. Warum hast du eigentlich keinen Platz mehr? Ach, weil du viel zu viel Unsinn dabei hast. Ich muss das Ganze essen. Wir lassen mal die Giftpfeile hier. Den Dagger weiß ich noch nicht. Okay, du bist überladen. Dann gib mal den Stil. Wieso bist du eigentlich schon wieder überladen? Sind die Teile so schwer? Nimm noch nicht so viel. Deine Rüstung ist halt echt scheißenschwer, ne? Hm. Hab ich mir gedacht. Okay, dann gib mal das Essen weg. So. Du hast dein Level up. Das ist schon mal schön. Dann würde ich doch definitiv sagen, Mace ist weiter hoch. Dann hast du nämlich bald Crushing Blow, Powerful Smash. That deals great damage. Das kann man immer gut gebrauchen. Außerdem hast du Vitality Bar zubekommen. Hä, hä. Irgendwer ist schon wieder überladen. Du bist überladen. Mann, Mann, Mann. Einen nach dem nächsten ist überladen. Hast du die Bomb? Wieso hast du... Wieso hast du die nicht an? Das ist doch unsinnig. Warum habe ich die nicht... Hä? Ich bin verwirrt. Egal. So. Wir haben diese echt schwierige Stelle. Also die ist schon... Gerade wenn man überrascht wird, ist das nicht gerade die einfachste Situation. Haben wir ja gesehen, wie schön wir überrascht waren. Von denen. Und dann... Dann niedergeschnitzelt wurden. Aber mit Taktik war das plötzlich alles machbar. Okay. Und jetzt? Die Tür ist immer noch zu. Hat das was mit dieser Fackel zu tun? Nee. Wie geht diese Tür wieder auf? Wieso geht die Tür nicht auf? Wollte ich nur auf den Schalter drücken? Nee. Hier ist nichts. Hier sehe ich keinen Schalter. Hier sehe ich auch keinen Schalter. Hä? Wo bin ich da unten? Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Hallo? Konntest du mir was sagen, junger Mann? Nicht? Na gut. Könnte es sein, dass ich... ...etwas da reinlegen muss? Ja! Oh, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich meine, K-L-U-G. Ja, wer kennt's? So, wir sind durch. Äh, durch ist so relativ. Was macht dieser Schalter eigentlich? Ach, ist das das gleiche wie... Oh Gott, ich will da... Ich hab da gerade noch was gesehen. Da möchte ich noch hin. Pass auf. Äh, das werde ich off-screen machen. Au. Leute, Leute, Leute. So aber nicht hier. Mir einfach von der Seite auflauern, wo auch immer ihr gerade hergekommen seid. Hallo? Sagt mal. Was können wir doch nicht machen? Hier einfach mal aus dem Nichts auftauchen. Wo kommt man da hin? Random Gegner. Bring random Erfahrungspunkte. Das heißt, bringen Erfahrungspunkte. Okay. Äh. Was wollte ich sagen? Und nicht lügen? Ich höre doch schon wieder. Au. Wow, wow, wow. Leute, 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 Leute. Hab ich hier ein... Wey. Okay, Leute. Ich werde hier mal kurz schlafen. Und dann in der nächsten Folge... Beziehungsweise... Hier um die Ecke ist noch was. Da möchte ich hin. Da möchte ich irgendwie hinkommen. Und das werde ich versuchen, in der nächsten Folge am Anfang zu machen. Draußen erst schon wieder Spaß und Freude. Und das werden wir uns dann auch in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich höre das nicht gerne. Alter. Boah, klingt das nah. Oh. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Kaninchen. Tschüüüü. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020